Hey yo, what the Quirt. Ja, Michel hat es auf den Poker gebracht. Ich war ein klassischer Quirt. Ich hasse den Start in Russland. Ich auch. Jetzt knallt. Wer war das? Spicy? Machst du das? Klippenherrschaft, ich will wissen, wer das war. Mann, Alter. Was ist? Hast du einen Sponsor bei mir im Auto gesehen und wolltest mal näher dran fahren, um zu gucken, wer das ist oder warum? Machst du das hier? Diese Nachricht ist dafür gedacht, dass du nicht in Q3 kommst und natürlich, um gezielte Massenpanik zu verhindern. Ich feuere dich jetzt an, damit du es nicht in Q3 schaffst. Gib Kette, Annette. Gib Gas, Lars. Feuer, Marianne. Ich hoffe, ich komme ins nächste Video, sonst so bumm von Lisa. Ich mag dich ... Kuss. Und bitte verkack die Runde. Bei Nein ist, glaube ich eine gute Quote. Ey, du Spinner. Danke für deinen Satz. Na komm, Ferdel, komm. Ich will ihn ein bisschen verunsichern, aber keine Sorge, ich mache keine dummen Sachen. Also, nicht nochmal. Achtung, hier kommt der Hundeantrieb. End of failure. Komm her. Ich muss sagen, wenn ich den zweiten Gang des RS rausknalle, dann komme ich besser vom Start. Ey, Engelchen! Simon, das war A. Mann, ich werde den durchreichen wie so ein Bon auf einer Kifferparty, Alter. Bist du zufällig Ferrari-Fan? Oh, was für eine dumme Frage! Ha, ey, ey! Boah, ey! Der hat mich fürchtest, bin ich hier! Entschuldigt mich bitte! Wo waren wir? Oh, Paula! Spicy, was war das denn für eine Aktion, bitte? Wer hat sich denn da über mich rüber geschoben? Es ist wieder das, was ich sage. Manche Leute sind nicht in der Lage, mal ein paar Runden zu warten und dann zu attackieren. Es muss in der ersten Kurve alles entschieden werden, oder? Mittelfeld geplänkt. Ei, 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 ei. Gehtiger Gott! ... 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